Nach fast einem Monat melden wir uns heute dafür direkt mit einem riesigen Thema zurück, Godzilla. Und außer dem aktuellen Kinoerfolg von Gareth Edwards haben wir uns dafür auch den vermutlich schlechtesten Godzilla-Film aller Zeiten angesehen. Viel Spaß! Waschstuff! Ich bin jetzt nicht so der Typ, der dann abgeht, wenn die deutsche Mannschaft irgendwas reißt, aber ich freue mich dann zum Beispiel für Sachen wie Nordkorea oder England oder so. Nordkorea ist gar nicht dabei, Südkorea. Südkorea! Ich habe heute Kim Jong-Un in Nachrichten gesehen, da muss ich direkt an Nordkorea denken wahrscheinlich deswegen. Ja, heute ist das Eröffnungsspiel und ich hätte auch mein Brasilien-Trikot heute in der Universität an. Brasilien-Trikot? Ja, pass auf, wo wir gerade noch bei Sport sind und wo wir gerade Sport und Football gehört haben, hat keiner mitbekommen, aber es war die Football-Europameisterschaft und Deutschland ist Europameister geworden. Wie viele Teilnehmer gab es da? Oh, ich weiß nicht. Das Finale war auf jeden Fall Österreich gegen Deutschland und die EM war in Österreich. Das war natürlich dann nicht so witzig für die Leute, die das stößt haben. Ich habe irgendwann mal vor, ich weiß gar nicht wie lange das her, also sechs Jahren oder so, habe ich auch mal eine, ich glaube eine EM geguckt oder so, was Football angeht. Da waren glaube ich nur sechs oder sieben Teilnehmerländer dabei, das war ganz komisch. Oder es war sogar eine Weltmeisterschaft. Es war sogar eine Weltmeisterschaft, da war nämlich Mexiko dabei, jetzt erinnere ich mich gerade. Mexiko gegen Deutschland war ein sehr unausgeglichenes Spiel übrigens. Also natürlich, die Deutschen waren maßlos unterlegen. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so wäre, vielleicht ist die deutsche Mannschaft mittlerweile ein bisschen besser, aber damals, Mexiko gegen Deutschland war ein Schlachtfest. Genau. Anyway. Ja, also genau, bevor wir anfangen mit unseren eigentlichen Themen, denn heute Gojira, unser großes Doppelthema heute. Ich habe ein kleines Update zu geben, wir haben uns ja jetzt eine Weile nicht gehört. Ich habe ja letztes Mal ein bisschen über den Chromecast erzählt und ich habe den seitdem auch weiter benutzt und habe festgestellt, es gibt ein Programm, das kann man auch über den Browser benutzen, dann kostet das auch nichts. Das heißt Plex, P-L-E-X. Und da kann man sich dann, ich glaube, da wird einem so ein Server zugeteilt und da kann man sich dann so eine Mediathek anlegen mit Dateien, die man selbst auf dem Rechner hat, also Filme, die man sonst irgendwo her erworben hat oder so. Die kann man sich dann da in Ordner reinlegen und das kann man dann alles auch über den Chromecast abspielen im Browser und das ist auch völlig unabhängig bis jetzt gewesen bei mir. Also haben alle Dateiformate funktioniert. Kann ich sehr empfehlen. Sehr gute Qualität. Also wie gesagt, wenn jemand den Chromecast hat und die Filme, die er auf dem Rechner sonst hat und gucken würde, lieber über den Fernseher gucken möchte, kann er das mit dem Programm Plex tun. Das kann ich an dieser Stelle mal empfehlen. Das habe ich nämlich viel gemacht in letzter Zeit. Ich habe sehr viel über meinen Fernsehsachen geguckt, die ich sonst auf dem Rechner immer geguckt habe. Finde ich gut. Gut. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Kommen wir zu einem Announcement. Das ist die letzte Ausgabe von Rostoff. Ciao. Nein, ernsthaft. Leute, ein sehr interessantes Thema. Wir werden also in der nächsten Ausgabe noch nicht, aber die Ausgabe danach wird auf jeden Fall etwas anders ablaufen. Denn wir werden jetzt sozusagen etwas, wir werden ein bisschen höher gehen in unserer, keine Ahnung, wie soll man sagen, unseren Inhalt. Denn wir werden das auf eine andere Ebene bringen. Wir werden über etwas reden, was gar nicht mit dem Film an sich zu tun hat oder auch mit dem Film, aber wir reden sozusagen über eine Instanz. Und zwar reden wir über den Index. Und der Saga hatte nämlich eine coole Idee und die hat mir sofort zugesagt, denn gerade Filme, die auf dem Index waren oder der Index an sich, hatte mich eigentlich gerade in meiner Jugendzeit ziemlich beschäftigt, weil ich halt ein ziemlicher Horror- und Splatterfan war. Und man muss sich vorstellen, ich bin jetzt 28 und als ich 13, 14 war, da war das alles noch nicht so mit dem Internet und so. Da gab es das noch nicht. Da gab es dann vielleicht die Videothek. Und selbst da waren ja meistens die Sachen auch gekürzt. Und es war damals irgendwie eine sehr, sehr schöne Zeit, wo ich sehr viel Geld investiert habe und auch Zeit investiert hatte. Und ich meine, der Index ist immer noch omnipräsent. Es werden immer noch Filme auch gekürzt. Gerade, das beste Beispiel ist jetzt Wolf Creek 2. Den habe ich aber in der Fantasy Filmfest Nights gesehen. Und da wurde ja schon angekündigt, der Film wird wohl Federn lassen müssen. Und das ist auch wirklich passiert. Der Film wird gekürzt in deutschen Kinos laufen. Schade. Auch wenn es natürlich, ich meine, der Film ist recht hart, muss man sagen. Aber ja, schade natürlich für die Leute wie solche für dich, die jetzt da reingehen und dann eine Kürzfassung sehen, weil dann gehen sie nicht rein, weil du das weißt. So, der Punkt ist, ich hatte mir gedacht, wir können das auf zwei Sendungen ausstrecken, die unter zwei verschiedenen Themen laufen. In der ersten Ausgabe, die sozusagen die übernächste Ausgabe sein wird, werden wir über zwei Filme reden, die noch auf dem Index sind. Ach du Scheiße, dürfen wir das denn überhaupt? Wir dürfen, ich glaube, über Indexfilme keine wertenden Aussagen tätigen oder so, ne? Oder gilt das nur bei Sachen, die beschlagnahmt oder verboten sind? Da weiß ich nicht genau den Unterschied. Also, ich bin ganz klar dafür, dass wir über die Filme einfach reden. Nee, 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 das stimmt, glaube ich, sogar gar nicht. Es gibt auch auf jeden Fall auch Videocasts und so, die darüber reden. Okay, ich weiß nämlich nur, dass es bei Videospielen, das ist aber, glaube ich, wenn die generell nicht auf dem Index sind, sondern wenn die verboten sind, also wenn die beschlagnahmt wurden und gar nicht. Bei Indexfilmen ist es ja nur so, dass die nicht beworben werden dürfen und im öffentlichen Verkauf, also die dürfen nicht... Nee, 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 wir bewerben ja die Filme nicht, wir diskutieren ja über diese Filme. Im wissenschaftlichen Rahmen ist das definitiv erlaubt. Okay. Also, beispielsweise uns, uns, uns kann ja keiner... Da war ich mir nämlich auch nicht so sicher, als ich das Thema vorgeschlagen habe, deswegen habe ich gesagt, okay, lass uns mal sicherheitshalber Filme nehmen, die auf dem Index waren. Das Ding ist ja, uns kann man ja nicht den Mund verbieten. Nee, dann so weit kommt es noch, liebe NSA oder wer auch immer da, ne? Genau. Also, bitte weiter mit deinen Ausführungen. Also, über die zwei Filme, die ich reden würde... Also, erste Ausgabe werden wir halt, wir reden über zwei Filme, die auch noch im Index sind. Und in der zweiten Ausgabe werden wir über zwei Filme, die runtergekommen sind vom Index. Okay, also dann auch überhaupt nicht irgendwie großartig Filme unter dem Faktor Trash oder so, sondern halt wahrscheinlich auch eher Filme, die zumindest einem von uns eher gefallen, oder? Genau, denn ich würde einfach mal ganz gemein die Filme vorschlagen. Aber ich habe auch Gründe, warum ich diese Filme nehmen werde. Und zwar bei der ersten Ausgabe, wo wir halt darüber reden, welche Filme noch auf dem Index sind und warum, würde ich zum Ersten einen Film vorschlagen, der eine sehr interessante Geschichte hat mit dem Index. Und zwar ist der Film Battle Royale. Habe ich schon mal gesehen, ohne da jetzt Werten drüber zu reden. Können wir gerne machen, ja. Bei Battle Royale kann man schon mal sagen... Ist der immer noch auf dem Index? Das wusste ich gar nicht. Der Witz ist, Battle Royale war auf dem Index, wurde dann beschlagnahmt und wurde ganz schnell wieder entbeschlagnahmt, nachdem sich der Lizenzgeber beschwert hat und ist jetzt aber immer noch auf dem Index. Okay. Und Battle Royale, muss ich sagen, ist ein Film, den ich sehr mag. Ist ein japanischer Film, glaube ich, ne? Genau, ist ein Film, den ich sehr mag und wo ich auch doch hart ins Gericht gehen werde, weil ich bis heute wirklich da die FSK auch ziemlich ankreide, dass der Film beschlagnahmt ist, weil ich einfach das für sehr ungerechtfertigt habe. Finde ich nicht richtig. Finde ich nicht richtig. Aber den werden wir auf jeden Fall reden. Und der zweite Film ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und der wurde auch, glaube ich, vor ein paar Jahren schon wieder erneu indiziert. Und da wird wahrscheinlich für ewig dieses Schicksal. Und da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich lese übrigens sehr gerne, mache kurz Werbung für die Zeitschrift Der Zombie. Das ist eine Zeitschrift, die sich sozusagen mit den fantastischen Filmen beschäftigt. Und der, der das schreibt, hat auf jeden Fall sehr viel Herzblut da reingelegt. Das sind sehr schöne Ausgaben halt, weil der auch sozusagen, der ist, glaube ich, auch mindestens zehn Jahre älter als ich und hat dieses ganze 80er Jahre und 90er Jahre Index-Sache und sowas miterlebt. Kann ich nur empfehlen. Der hat nämlich einen sehr schönen, langen Artikel mal über den Film Dawn of the Dead geschrieben von Giorgio Ramiro. Und ich finde, der Film ist auf jeden Fall diskutierswürdig, weil er einfach eine interessante FSK-Geschichte hat, aber auch generell eine interessante Geschichte über die verschiedenen Fassungen dieser Film hat. Da wäre jetzt auch an dich die Frage von mir, welche Fassung davon sollen wir denn besprechen? Weil ich kenne da mindestens, habe ich gesehen, dass da mindestens irgendwie zehn verschiedene Schnittfassungen... Also es gibt drei offizielle und einen Haufen Gurken selbstgemachte Fassungen. Also ich habe nämlich eine gesehen und die habe ich auch, glaube ich, noch irgendwo, wo der, das ist der, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, ich glaube, der Long Cut oder so, das ist, wo die Argento-Fassung zusammen mit der, also im Prinzip alle Szenen, die sowohl in der Argento-Fassung als auch in der Romero-Fassung... Das ist definitiv die Fassung, die man sich niemals anschauen sollte. Okay. Weil die absolut sinnlos ist. Dann musst du mir auf jeden Fall dann nochmal irgendwie Bescheid geben. Das können wir dann darüber reden, genau. Weil das ist nämlich die, die ich zuletzt gesehen habe, wo dann wirklich, also der Film ging dann auch fast zweieinhalb Stunden oder so. Ja, das ist doch total amurkisch, also das werden wir definitiv nicht gucken. Aber das können wir dann auch noch bringen. Also diese zwei Filme würde ich jetzt dafür auswählen. Und wenn wir dann zu der zweiten Ausgabe kommen, Filme, die runtergekommen sind vom Index, können wir gar nicht anders, als über einen Film sprechen. Und das ist das Texas Chainsaw Master. Oh ja, dankeschön. Wir können gar nicht anders, weil dieser Film hat auch eine unglaublich geniale FSK-Geschichte. Und da kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe die Blu-ray-Box. Und da ist ein kleines Heftchen drin, wo sozusagen die ganze Historie dieses Films erzählt wird, wie er sozusagen in Deutschland gelitten hat. Ich meine, der Film wurde indiziert, beschlagnahmt und nach zig Jahren von Turbine Potsdam, äh, Turbine Potsdam, Turbine Potsdam, Fußballmannschaft, Turbine Medien vom Index, also der Film wurde sozusagen entbeschlagnahmt und musste dann nochmal entindiziert werden, um jetzt nach all den Jahren ungekürzt in dem Schrank zu stehen, in dem Verkaufsschrank. Ich habe mich gerade so gefreut, für die, die das nicht wissen, weil das war der erste Film eigentlich, als ich das Thema vorgeschlagen habe, der mir auch vorgeschwebt ist. Und unter anderem auch, weil da, also bei Battle Royale geht es mir nicht ganz so, aber bei Texas Chainsaw and Moussaka habe ich eine sehr innige Beziehung zu dem Film und fand das sehr empörend, dass der so lange auf dem Index war. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ein Meisterwerk und warum wird so viele Leute dieser Film vorenthalten? Also da freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass wir darüber reden werden. Natürlich, wir können gar nicht anders. Ich meine, der Film hat es ja auch geschafft. Und das war auch auf jeden Fall ein Tag, bei dem ich echt gejubelt habe. Und es ist auch gar nicht so schwer, sich jetzt noch auf einen Film zu einigen, denn gerade im letzten Jahr und auch in diesem Jahr gibt es sozusagen eine Reihe von Filmen, die vom Index endlich entlassen wurden. Also gerade letzte Woche wurden mehrere Halloween-Filme vom Index geschmissen. Dann waren ja Anfang der letzten Jahres und am Ende letzten Jahres und jetzt waren die Reanimator-Filme, die Cable jetzt rausgebracht hat. Hairraiser wurde vom Index entlassen. Aber 2013 ist noch drauf, glaube ich. 2013 ist immer noch drauf, aber auch das wird sich ändern. Du hattest vorgeschlagen, der Blutiefahrt Gottes ist ein cooler Film, mag ich, aber ich muss sagen, ich hatte eigentlich einen viel lieberen Kandidaten, der auch sehr bekannt ist. Ganz einfach, das hat auch ziemlich froh gesorgt, das ist Robocop. Bin ich auch mit einverstanden. Ich wusste gar nicht, dass der jetzt komplett in der ungeschnittenen Fassung runter ist vom Index. Ja, das weiß ich, weil ich habe mir nämlich an dem Tag, als die rauskommen, die Brewery, habe ich es mir gekauft. Ich habe mir gedacht, zack, den muss ich mir kaufen. Robocop wurde nach, glaube ich, 25 Jahren entlassen vom Index und ist jetzt öffentlich unenkürzt erhältlich. Es gab ja irgendwie eine, weiß ich nicht, zwölf oder neun Minuten kürzere Schnittfassung, die dann für Deutschland irgendwie freigegeben war. Das fand ich auch ein bisschen krass, dass es so viel Zeit ist, die da weggenommen wurde. Nee, das bin ich auch mit einverstanden. Robocop habe ich auch, das sind zwar alles Filme, die ich kenne und teilweise auch erst kürzlich gesehen habe, aber auch alles Filme, die ich schätze oder beziehungsweise Battle Royale, habe ich, glaube ich, sogar auch den zweiten Tag von gesehen. Den habe ich sehr lange nicht mehr gesehen. Da freue ich mich auch, mir eine neue Meinung vielleicht auch bilden zu können über den Film. Ich denke halt, dass wir bei diesen Ausgaben halt nur kurz unsere Meinung zu dem Film, also wie wir ihn finden, sagen. Wir sollten halt wirklich da auch versuchen, es zumindest zu versuchen, nachzuvollziehen, warum diese Filme diese Schicksale erlitten haben. Ja, welche Szenen da eventuell so angeschlagen haben bei den einzelnen Filmen. Wie gesagt, das wird sehr interessant. Bei den älteren Filmen könnte ich dann vielleicht mal mitgehen, aber gerade bei Battle Royale finde ich, da wird es auf jeden Fall sehr interessant, weil da ist gerade die Bemeinung, also man kann übrigens Initierungs- und Beschlagnahmungsbeschlüsse auch online einsehen. Das sollten wir dann auch da am besten beiliegen haben und uns dann auch irgendwie darauf, dass wir uns während der Sendung auch darauf beziehen können. Das finde ich ganz gut, glaube ich. Und gerade Battle Royale hatte da, glaube ich, damals wirklich absurd amüsante Passagen, die ich da gelesen habe. Aber das ist halt viel Zeit. Das werden wir, wie gesagt, ich glaube, dann planen wir wirklich ein bisschen weiter. Das ist nämlich auch ein bisschen Arbeit, muss man sagen. Da ist ein bisschen Arbeit dahinter. Also das werden wir wirklich erst so ab Mitte Juli, wenn mein Semester vorbei ist, angehen. Aber ich glaube, wenn wir das richtig gut machen, dann werden das auf jeden Fall sehr, sehr schöne Ausgaben. Ja, ich glaube auch. Das ist auch ein Thema, wo ich auch Spaß habe, glaube ich, mich darauf vorzubereiten, weil mich das auch persönlich auch interessiert einfach. Genau. Ja, dann freuen wir uns doch einfach schon mal auf die übernächste Ausgabe. Aber die nächste wird auch ein bisschen weiter. Dann heißt es, heißt Watch Stuff ab 18. Ja, obwohl ich glaube, die meisten, die uns hören würden, sind wahrscheinlich sowieso in unserem Alter oder ein bisschen drunter vielleicht. Weißt du es? Die nächste Ausgabe wird aber auch ein bisschen anders. Morbo, was machen wir da denn? Wir reden über eine Serie. Wir machen eine Serienausgabe, nachdem die zweite Ausgabe von uns damals über House of Cards war. Reden wir jetzt über eine Serie. Die wurde mir einfach so mal öfters von Leuten empfohlen und ich habe die erste Folge geguckt und dachte mir, alter Schwede, das möchte ich zu Ende gucken. Habe diese Staffel sehr schnell weggeguckt und habe das auch dann Freunden empfohlen und jedem hat das sofort gefallen, jedem hat es sofort gepackt. Wir werden über die Serie True Detective reden. Ja, vor allem da kann man auch sehr gut nur über die erste Staffel reden, weil ja jede Staffel, so wie das bisher zumindest geplant ist, total losgelöst von den anderen ist und dann auch verschiedene Casts und Geschichten erzählt. Also verschiedene Casts dann mitspielen und verschiedene Geschichten erzählt werden. Von daher ist die erste Staffel, über die wir dann reden, ja eigentlich mehr ein Acht-Stunden-Film, wenn man so will. Ein sehr guter sogar. Ja, nimm das doch jetzt nicht schon vorweg, was du da redest. Genau, wir werden über True Detective reden. Da freue ich mich auch drauf. Ja, auf jeden Fall. Das ist dann die nächste Ausgabe, die wir machen. Genau. Jetzt aber erstmal zu unserem großen Thema. Es sei denn, du hast noch irgendwas auf dem Topic. Nee, nee, wir können jetzt zum Tagesgeschäft kommen. Das Tagesgeschäft. Ein Film, den ich, ist schon ein bisschen länger her, ein paar Wochen, den du aber erst kürzlich gesehen hast und wir uns schon, ich glaube, seit der ersten Sendung auch über diesen Film unterhalten haben. Genau, das Ding ist, unser Running Gag ist jetzt leider weg. Na, wir können ja immer noch sagen, Godzilla 2, weißt du, weil es soll ja wahrscheinlich eine Fortsetzung geben. Ob die dann auch von Gareth Edwards ist im Regiestuhl, weiß ich nicht, aber er wird sicher mitproduzieren. Ja, und ich denke mal, das wird dann so in den nächsten drei Jahren irgendwie kommen. Auf jeden Fall geht es um Godzilla. Godzilla. Der ist, glaube ich, so ungefähr vor einem Monat angelaufen oder so und wir haben ihn jetzt beide gesehen. Und, äh, ja, Morbo, wie ging es dir mit diesem Film? Wie hast du ihn geguckt? Wo hast du ihn geguckt? Genau, weil es ja schon die Empörung gab, Off Air. Ich habe den Film in Deutsch geguckt, was ich eigentlich auch nicht unbedingt machen wollte, aber der Grund war, bevor ich einen Schluck trinke, war nämlich folgendes. Und, ähm, ich wollte den Film nicht in 3D gucken, weil ich kein Fan von 3D bin. Und, ähm, ich hatte halt die Möglichkeit, mit meinem Bruder ins Kino zu fahren. Und, äh, da muss ich halt sagen, dass die Filmgeschmäcker meines Bruders und mir völlig auseinander gehen. Wir haben einen ganz krass unterschiedlichen Filmgeschmack. Ich bin halt, er ist halt der Fan des lockeren, actiongeladenen Popcorn-Kinos und ich bin halt das krasse Gegenteil und lehne ja das eigentlich ab und bin ja Fan des Arthouse-Kinos, des europäischen Kinos etc. pp. Aber, Godzilla wollte ich halt dann doch gucken, weil Godzilla war einfach, oder ist einfach auch so eine Kindheitsernahung von mir, weil ich halt die ganzen, ich habe ein paar schon Godzilla-Filme damals gesehen habe. Und damals auch ziemlich empört war über die Roland Emmerich-Verfilmung, die ich auch persönlich nicht gut fand. Und, äh, und deswegen habe ich diesen Film mit ihm geguckt und der Film lief halt, wir haben den Film in Cottbus geguckt und, äh, da lief er halt nur auf Deutsch. Aber das war okay, denn ich finde, gerade bei diesen, ähm, Hollywood-Filmen ist eigentlich die Synchro immer in Ordnung. Auch wenn natürlich sagen wir uns, wir hätten natürlich Brian Cranston gerne im Original gesehen, weil ich hätte auch Breaking Bad im Original geschaut, aber das machte nix. Godzilla. Du hast ihn also auf Deutsch geguckt, in Cottbus. Ich, äh, ich hatte leider nicht die Möglichkeit, ihn in 2D zu gucken, aber ich habe ihn dafür wenigstens auf Englisch. Ja, äh, Morbo, nochmal, wie fandst du ihn denn? Ich muss sagen, dieser Film, äh, ich habe mehrere, ähm, Eindrücke von diesem Film. Erstens, musst du dir mal vorstellen, ich habe jetzt nach, bis ich wie viel geführten Jahr mal wieder so einen, in Anführungsstrichen, Blockbuster im Kino gesehen. Und, ähm, dafür musste ich sagen, hat, also da hätte ich mir etwas mehr, da hätte ich, ich hätte mich, äh, ich hätte gedacht, ich wäre mehr gepackt von diesem Film. Weil, für mich war das zum einen so, dass dieser Film sehr oft, wenn es mal spannend wurde, dass er weggeschalten hat und zu anderen Szenen ging. Also, für mich wurde oft das Tempo in diesem Film unterbrochen, was ich schade fand. Ja, runtergefahren auf jeden Fall. Ja, runtergefahren, was ich echt, manchmal echt schade fand. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich meine, als alter Godzilla-Fan, ich fand es sehr schade, dass, wenn man mal ganz objektiv betrachtet, dieser Film in 2 Stunden. Und die eigentliche Godzilla-Action gab es eigentlich bloß in den letzten 25 Minuten. Und Godzilla tauchte auch eigentlich das erste Mal nach einer Stunde auf. Natürlich ist dieses andere Monster schon vollziehen, aber ich fand, für mich persönlich war eigentlich zu wenig Godzilla und zu viel Kleiderer-Dutch-Story mit dem Sohn und seinem Vater etc. Aber jetzt kommen wir schon genau zu dem Punkt, den du als Mangel anführst und der mir am besten gefallen hat an dem Film. Nämlich, was ich total großartig fand und das, das habe ich lange nicht mehr gerade bei so Monster-Filmen gesehen. Das ist irgendwie zuletzt, glaube ich, in den 80ern gemacht worden, dass man, dass dieses, dass das Monster und dass du das Monster siehst und wie das Monster jetzt in voller Größe aussieht und so, dass das mit zum Spannungsaufbau des Filmes gehört. Und das fand ich total großartig, dass du immer wieder so leicht geteast wurdest und so einen kurzen Moment hattest und ihn leicht gesehen hast oder nur von der Seite oder nur das Bein oder so. Und dann wurde wieder weggeschaltet und das, das, das hat mich total, das fand ich total großartig. Da habe ich die ganze Zeit innerlich gefeiert, weil ich das nämlich genauso total schlimm finde in den meisten, in den meisten nicht nur Monster-Filmen, auch Horror-Filmen generell. Dass, dass man, dass ich oft das Gefühl habe, ich bin einfach übersättigt. Ich habe viel zu viel, ich sehe viel zu viel vom Bösen oder von dem, was da irgendwie besonders sein soll, um mich zu fürchten oder so. Oder, oder um irgendwie gespannt zu sein oder um das toll zu finden oder um das als was Besonderes anzusehen. Und das fand ich eigentlich total gut, was ich, aber wo ich dir zustimmen muss, dass, dass zu viel, dass zu viel, trotzdem zu viel Gewicht lag auf der Story dieses Sohnes. Das lag aber für mich auch daran, dass ich das nicht toll fand, dass ich einfach diesen Schauspieler in der Rolle nicht toll fand und die Rolle auch nicht gut fand. Nee, das war, das war sehr, sehr, naja, ja, also gerade ich, um mal jetzt sozusagen auf das, kurz auf das Ende zu kommen, ich, nur ganz kurz, ich fand es sehr schön, dass der Film wirklich mit Godzilla endete. Ich hatte wirklich die, die Befürchtung, dass es mit, eigentlich mit dem Jungen endet, was mir überhaupt nicht gefallen hätte, weil letztendlich, ja, es war zu viel Gewicht, fand ich, auf diese Nebenstory über diesen Sohn, der sozusagen, ja, immer an seinem Vater gezweifelt hat und der wusste halt immer, dass, müssen wir nicht die Geschichte erzählen dieses Films? Äh, ach so, genau. Das fällt mir gerade an. Okay, also jetzt ein bisschen verspätet, äh, Godzilla, bei Godzilla geht's um ein, also das fängt an, ich weiß gar nicht genau, ob das Jahr genannt wird, ähm, mit einer, ähm, Atoman, mit einem Atoman-Super-GAU, also zumindest mit einem, äh, ja, mit einem Störfall in einem, in einem, äh, Atomkraftwerk. In Japan, wo aber auch ein amerikanischer Wissenschaftler mit seiner Frau arbeitet, ähm, seine Frau kommt bei diesem Vorfall ums Leben und hinterlässt halt ihren Mann mit dem Sohn und der Mann ist traumatisiert eigentlich danach von diesem Vorfall und, ähm, ja, meint, äh, dass er diesen Fehler begangen hätte, also dass er der Grund wäre, warum seine Frau nicht mehr lebt. Und, äh, äh, letztendlich, äh, geht's dann halt um ihn und seinen Sohn und, äh, wie beide versuchen, also wie der Sohn dann den Vater letztendlich unterstützt, diesem Vorfall nachzugehen und, äh, sie da, und sie dabei auf, äh, seltsame Vorgänge stoßen und, ähm, ähm, äh, irgendwelche, ja, ähm, ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich da so viel verraten möchte, was sie da finden, aber auf jeden Fall etwas, äh, Unnormales. Und, äh, das ist, aber, aber ich wusste zum Beispiel nicht, ähm, was sie da, also, äh, was, was sie da finden und dass das nicht Godzilla sein würde und fand das, und war davon sehr überrascht und fand das gut irgendwie, dass es halt nicht, äh, äh, also, dass das halt Godzilla nicht die Gefahr darstellt. Und da, also, das war für mich auch irgendwie, ähm, äh, äh, so ein, so ein, so eine Verbeugung vor den alten Filmen, wo ja auch Godzilla nicht unbedingt ein Schützer der Menschheit war, war aber doch eher jemand, ähm, der, der, ähm, nicht, äh, auf Zerstörung oder sowas aus war, sondern in erster Linie, äh, zumindest in einigen von den Filmen, das gleich, um das Gleichgewicht herzustellen, wie es ja auch einmal in den Filmen gesagt wird, glaube ich. Ja. Das fand ich eigentlich ganz gut. Natürlich, dieser neue, das hat mir gut gefallen. Dieser neue Ansatz, äh, den man sozusagen Godzilla verleitet hat, als sozusagen der, eigentlich, eigentlich Gott, ja, weil es heißt ja auch Gott, Godzilla, und er wurde ja praktisch als Gott dargestellt. Er hat sozusagen, ähm, die Natur, äh, wieder zurechtgestellt. Das, ja, natürlich, aber, dennoch, verstehst du, du hast ja trotzdem immer, gab es immer wieder diesen Split von Godzilla-Fight zu dem Sohn, sozusagen, äh, mit dieser Einheit da sozusagen, äh, die Sache, äh, also mitretten, mit, mitretten, verstehst du, es war ja so, die waren ja praktisch, sowohl der Godzilla als auch der Sohn, die Helden des Films. Das stimmt. Und, äh, da, da ist für mich aber die Frage, die ich mir selbst gestellt habe und, und für mich, äh, mit Nein beantworten muss, ob es mich auch gestört hätte, wenn, wenn, wenn das Augenmerk auf einem Menschen gelegen hätte, wenn dieser Mensch ein, für mich interessanterer Charakter gewesen wäre. Und das, das muss ich ganz klar mit Nein beantworten, weil, also, dann hätte es mich nicht so gestört, weil zum Beispiel am Anfang, als, als halt, als es halt so wirkt, als ob das eher Brian Cranstons Geschichte ein bisschen ist, fand ich es total spannend und auch interessant, weil ich Brian Cranston, äh, erst mal als Schauspieler und auch in dieser Rolle viel interessanter fand, als sein Sohn, der dann leider, äh, ab, ab, äh, ungefähr 20, 30 Prozent des Films, äh, was die Menschen angeht, leider die Hauptrolle einnimmt. Das, das, das muss ich, da muss ich zustimmen, das fand ich auch schade, aber generell, dass das Augenmerk auf den, auf der menschlichen Geschichte und auch auf der menschlichen Perspektive liegt und dass man aus der menschlichen Perspektive sozusagen diese Vorfälle sieht, fand ich eigentlich gut. Also, das fand ich als, äh, als, äh, Stilmittel eigentlich total toll, weil auch, auch, dass man oft irgendwie mit anderen Menschen zusammen durch ein Fenster oder durch eine Tür irgendwie die Vorfälle gesehen hat, das fand ich eigentlich total gut, nur halt diese Rolle von dem Jungen fand ich total uninteressant und unnötig, äh, und dementsprechend auch genau wie du störend, dass er so viel Raum eingenommen hat. Aber Brian Cranston zum Beispiel oder auch Ken Watanabe, wo ich, wobei ich seine Rolle ein bisschen eindimensional fand, äh, da kann er aber nichts für, äh, aber die beiden fand ich wesentlich erträglicher. Und mich haben auch nicht die Szenen gestört, wo die jetzt irgendwie groß, äh, was zu sagen hatten oder was gemacht haben. Ja, das hab ich mir auch gedacht, so, äh, ganz ehrlich, fuck, jetzt ist Brian Cranston raus aus dem Film, ja? Ja. Also, das fand ich wirklich schade, weil ich dachte mir, oh nein, jetzt geht das alles wegen ihm, weil ich finde, guck mal, gerade die, die Figur des Brian Cranston, der hat doch damals sozusagen prophezeit, was passiert. Und eigentlich war das sein Ding und ich fand das, fand ich, äh, weil der Film wurde auch eigentlich so beworben, dass halt Brian Cranston eigentlich die Hauptrolle in dem Film hat, mal ganz ehrlich. Also, er war immer auf den ganzen Bildern zu sehen. Er ist ja auch eigentlich der Größte, na gut, Jeanette Binoche, aber die ist ja noch nicht lange in dem Film. Also, von daher... Die ist noch kürzer. Die ist wohl noch kürzer in diesem Film. Die dachte, die war wahrscheinlich gerade am Set und dachte, ja, komm, aber, äh, ich weiß nicht. Also, wir sind uns einig, dass wir, dass wir den Sohn, woran auch immer es lag, nicht wirklich interessant fanden und seine Geschichte. Weiß ich nicht, es ist schwierig. Ich hab halt, wie gesagt, wirklich so ein gemischtes Gefühl bei diesem Film. Ich mein, man kann jetzt nicht über diesen Film und gegenüber anderen, äh, jetzt nochmal anspruchsvolleren Filmen jetzt groß drüber reden, weil, ich mein, der Film erzählt halt eine Geschichte, ist ein Unterhaltungskino, äh, äh, und ich finde, wir sollten... Ich weiß nicht, also, genau, ich hab meine Meinung dazu gesagt, ich fand das halt ein bisschen schade, aber ich will jetzt auch eigentlich mal die guten Seiten des Films erzählen. Ich wollt grad sagen, äh, hau doch mal raus, was du wirklich gut fandest, das will ich nämlich auch noch sagen, was mich besonders gepackt hat, warum ich eigentlich sage, dass ich Godzilla fast großartig fand, und trotz dieser, ja, ich, ich bin wirklich total begeistert gewesen, als ich aus dem Kino kam, äh, trotz dieser ganzen Sache, die mich gestört hat, und für mich hätte man diesen Typen erstmal komplett anders besetzen und die Rolle auch anders anlegen sollen, aber ich fand trotzdem andere Aspekte in dem Film so gut, dass der Film für mich sehr, sehr gut ist und dass ich auch wirklich überlegt hab, ob ich mir den dann auf Blu-ray hole oder so. Und zwar war dieser Film optisch eine Bombe. Das kann ich nicht anders sagen, dieser Film war visuell großartig, ähm, es gibt eine Szene in diesem Film, die fand ich richtig toll. Und das ist die Szene, also erstmal generell am Ende, äh, diese wirklich apokalyptische Stadt, in dem einfach Godzilla gegen das andere Monster kämpft, ist Wahnsinn. Dieser ganze, dieser dunkle Filter, dieser Rauchschwale am Himmel, das war ein reinste, äh, weißt du, dieses apokalyptische Bild, was da entstand, das fand ich super. Und, äh, ich fand diese Szene genial, als sozusagen diese Marines aus dem Hubschrauber fliegen, oder aus dem Flugzeug springen, aus dem Flugzeug, aus dem Flugzeug war das. Und weißt du, diese Szene, als sie an dem Godzilla vorbeifliegen, und man sozusagen durch die, äh, aus der Ego-Perspektive sehen konnte, wie diese Person an Godzilla vorbeifliegt. Das war eine fantastische Szene. Untermalt übrigens mit dem Soundtrack von 2001, Odyssey im Weltraum. Ja. Diese, diese, diese Stimmen da, diese, äh. Also das hat, das haben auch... Wie man auch im Trailer, glaub ich, gesehen hat. Das, glaub ich, die selbe Musik. Das weißen dann auch nur die Nerds, aber ja, das ist mir dann auch, das ist mir auch aufgefallen. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich fand natürlich auch die Kämpfe von Godzilla total cool. Also ich mein, wie er erstmal lässig da mit dem Schwanz das eine Tier gegen den Haus klopft. Nicht den, nicht den Finishing-Move am Ende verraten, das ist für mich ein absoluter Markdown-Moment gewesen. Genau, das war super. Also das waren, ja, wie gesagt, also gerade von den Kämpfen her, und, äh, das war schon cool. Wie gesagt, ich hätte mir einfach davon mehr erwünscht, weil letztendlich so viel Platz haben die gar nicht eingenommen. Weil erst immer, wenn's spannend wurde, hat man rübergeschalten und hat diesen Typen halt gezeigt, diesen Sohn, der halt mit diesem Marine-Star zugange ist. Und ich fand, da war immer ein, weißt du, diese alten Filme haben noch davon gelebt, dass es eigentlich Godzilla-Action ohne Ende gab am Ende. Und das muss man, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber ich finde, so hätte ich mir diesen Filmen auch eher, also eher gewünscht. Nicht die ganze Zeit, aber verstehst du zumindest ein bisschen mehr. Ich kann mir vorstellen, wenn's einen zweiten Teil gibt, dass das auch da mehr so sein wird. Aber ich glaube, ich meine auch irgendwo gelesen oder gehört zu haben, dass Garrett Edwards sich auch viel den ersten, allerersten Godzilla als Vorbild genommen hat, wo man, glaube ich, auch die ersten 45 Minuten Godzilla gar nicht sieht. Und, äh, er wollte das halt auch zum Element des Films irgendwie machen. Ich kann das verstehen, dass man das irgendwie, dass man das nicht so gut findet, aber ich glaube, für mich hat das gerade mit den Reiz auch der Kampfszenen ausgemacht, dass die eben so spärlich gesät waren und ich mich voll drauf gefreut hab. Und wenn dann wirklich mal was war, hatte das für mich auch eine richtige Wucht. Und ich kann mich, äh, und ich konnte mich am Ende auch an fast alle Moves erinnern. Das ist, weißt du, wie bei einem guten Wrestling-Match irgendwie. Ja, ich wollte auch die ganze Zeit Finish hinrufen, weil das ist jetzt ein Insider. Also, äh, ähm, bei einem guten Wrestling-Match ist es halt auch so, ähm, es gibt halt so Spot-Matches, wo irgendwie dauernd irgendwas Spektakuläres passiert, aber nach dem Match kann man sich an nichts mehr erinnern. Und wenn es ein richtig gutes Match aber ist, dann passieren vielleicht nicht so viele spektakuläre Sachen. Aber die, die passieren, die ergeben total Sinn und an die kannst du dich auch nachher erinnern und so, ne? Und dann erzählt man auch sich immer. Und für die, die jetzt das erste Mal diesen Wrestling, äh, diesen Film-Talk hören, Saga und ich haben auch eine Vergangenheit als Wrestling-Fans. Ja, ich finde aber auch gerade, gerade, gerade mit dem anderen Film, über den wir nachher noch sprechen. Oh, ja. Da kann man schon die Wrestling-Vergleiche auch teilweise ziehen. Oh, ja. Auch wenn die Moves, die Moves sich auch wirklich gleichen oft. Oh, der Film, ey. Ähm, nee, ähm. Genau, du hast jetzt schon gesagt, äh, da muss ich dir absolut zustimmen. Visuell, aber für mich auch, also generell, von, von, von der ganzen technischen Seite her, die Atmosphäre, der Schnitt, die, die, die Kameraführung, die Beleuchtung, äh, die Musik, das war für mich alles bis, durch die Bank. Also, wenn man mal die schauspielerischen und Drehbuchaspekte total außen vor lässt, nur die Sachen, die wirklich mit dem Regisseur, äh, direkt zu tun haben, das war alles großartig. Also, das ist Gareth Edwards, ich hab Monsters leider nicht gesehen, das ist ja sein erster Film, glaube ich, gewesen, ähm, von dem, glaube ich, auch gerade die, äh, die Fortsetzung gedreht wird, die er aber dann nicht, wo er nicht selbst Regie führen wird, aber, äh, als Produzent dabei ist. Äh, ich hab Monsters leider nicht gesehen, aber Gareth Edwards ist für mich jetzt durch, alleine diesen Godzilla-Film, äh, allein, allein, was die technischen Sachen angeht, zu einem der, zu einer der größten Regiehoffnungen geworden, weil er genau das, was ich an, an solchen, äh, an solchen, an so einem Film haben möchte, hat er absolut verstanden und genau die Sachen, die für mich eben wichtig waren und darum sage ich auch, Godzilla ist für mich einer oder der beste Monster-Film, den ich die letzten, oder, oder überhaupt, äh, Filme mit großen, epochalen Kämpfen, Viechern, und ich, ich schließe da sowas wie Transformers und Pacific Rim und alles, was so in die letzten, in den letzten Jahren gewesen ist, mit einem, ist für mich Godzilla der, 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 das beste Beispiel, wie man sowas wirklich richtig macht, wie man, wie man das richtig zeigt, dass es auch irgendwie einen Impact hat, wie man das beleuchtet und, äh, wie, wie man die Kämpfe darstellt, gerade der erste Transformers ist da übrigens ein sehr gutes Negativbeispiel, die Kämpfe sind so unfassbar unübersichtlich und bei Godzilla ist das alles großartig und genau darum fand ich den Film sehr, sehr gut. Ich stimme dir ja auch, äh, zum Teil zu, also ich fand auch, wie man dann, den Godzilla einführt, war super, ich meine, oder bis der erste Moment, bis er, man ihm das Gesicht sieht und er schreit, das hat man schon wirklich toll gemacht, also, äh, manchmal ist er weniger auch mehr, ja, und das hat auch, glaube ich, hier schon funktioniert, aber wie gesagt, ich fand halt nur, im Ganzen, als ich halt sozusagen, als ich aus dem Kino rausging, war ich halt, dachte ich mir so, naja, am Nachhinein so, eigentlich gab's nicht so viel. Was aber gezeigt wurde, war halt sehr cool, also, ich meine, ich bin doch das beste Beispiel, dass der Film doch gut sein muss, weil, oder, ich gut fand, weil, ich meine, wie gesagt, ich gucke normale solche Filme gar nicht, ja, und wenn ich halt rauskomme und davon unterhalten war, dann kann der, muss der Film schon okay gewesen sein, sag ich mal so, also, du bist halt da weitaus offener für solche Filme als ich, aber wie gesagt, also, ich fand den Film weitaus besser, besser als den Roland Emmerich-Film, den fand ich damals wirklich nicht gut, aber den findet, glaube ich, auch keiner gut. Und wenn man solche Listen hat, Worst Godzilla-Movies, dann ist auf Platz 30 der Emmerich-Film und auf 29 ist der Film, den wir gleich reviewen werden. Vor allem, aber es ist ja nicht nur so, dass der Film schlecht war, allein schon, wenn man den Godzilla vergleicht, also das Tier oder das Vieh oder dieses Wesen selbst, das ist ja, also, wenn man sich mal diese komischen Hühnerstelzen anguckt, mit dem, auf denen dieser Godzilla bei Roland Emmerich durch die Gegend läuft, also, allein die Beine, ich stelle mir bei Godzilla halt so was, der muss nicht fett aussehen, aber der muss zumindest irgendwie klobig wirken. Für mich ist das Godzilla einfach, dieser Look. Und Roland Emmerichs Godzilla sah aus wie so ein Vogel irgendwie oder so, das weiß ich auch nicht, also, nee, das ist, also den, da fand ich den hier auch deutlich besser. Absolut. Ja. Nee, also, grundsätzlich, wie gesagt, Godzilla wird jetzt für mich persönlich jetzt in meinen Top 10 des Jahres wohl nicht auftauchen. Und ich muss sagen, ich würde mir den Film jetzt auch nicht nochmal angucken, weil ich habe ihn jetzt einmal gesehen, das reicht mir. Aber ich meine, das ist halt, wie gesagt, durchaus grundsolide, unterhaltsame zwei Stunden. Wie gesagt, bei der Geschichte sind wir uns ja auch beide einig, da hätte man das vielleicht ein bisschen anders machen können. Und irgendwie ist es dann schon doch ein Downer, als man mal erfährt, dass Brian Granson in diesem Film nicht mehr ist. Aber sonst, wie gesagt, visuell, da kann man absolut nicht meckern. Vor dem Film war halt eine elendige Trailer-Show, und da liefen halt so Trailer wie zum Beispiel der neue Transformers. Und ich meine, das würde ich mir im Leben nicht anschauen. Das war einfach furchtbar. Und ich denke aber auch, ohne dass ich den Film gesehen habe, Transformers 4 oder überhaupt nur, ich habe noch nie einen Transformers-Film gesehen, denke ich mal, dass diese Filme bei Weitem, glaube ich, nicht einem Film wie Godzilla das Wasser reichen konnten oder können. Weil doch, wie gesagt, gerade von dem Aufbau der Geschichte und wie Godzilla eingeführt wird, dass doch, da stimme ich dir vollkommen zu, sehr clever gemacht wurde. Da kann man wirklich nichts sagen. Auch bei der Konsequenz, wie dann Godzilla sozusagen das Ganze da bereinigt. Das fand ich auch super. Und gerade auch diese Endszene fand ich auch sehr schön. Also, muss man mal gucken, wenn die jetzt einen zweiten Film machen, dann, wie gesagt, kannst du eigentlich so eine Art von Geschichte eigentlich nicht mehr erzählen. Dann musst du eigentlich all-in gehen und dann muss Godzilla eigentlich fighten wie Blöde. Ob das dann unterhaltsamer wird? Vielleicht. Aber, ja. Man hat auf jeden Fall einen soliden Grundstein gelegt, sage ich mal, mit dem Film. Ja, das sehe ich auch so. Deswegen, geht ruhig rein, solange er noch läuft. Weil, ich glaube, den Film muss man dann auch bei anderen im Kino gucken. Das auf jeden Fall. Also, da habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich den im Kino leben durfte. Ich bin zwar auch kein großer Fan von 3D, aber bei dem Film war es jetzt nicht so schlimm. Also, es hat mich nicht so sehr gestört. Ja, und es ist schon groß, glaube ich, wenn man es auf dem Fernseher sieht. Also, Godzilla halt, ne. Aber wenn man es dann nochmal im Kino sieht, ist es, glaube ich, nochmal die Verhältnisse ein bisschen anders. Gojira. Gojira. Ja, kommen wir zu einem Film, der auch ein ähnliches Grundthema eigentlich hatte. Obwohl, eigentlich nicht, weil es ging eigentlich um was anderes. Also, Godzilla war eigentlich, da war er wieder von der Story in der Randfigur, fand ich. Also, weil es ging offensichtlich nicht wirklich. Bitte? Dieser Film. Ja, also, wie heißt er nochmal auf Deutsch? Auf jeden Fall, ich hatte ihn jetzt als Attack All Monsters oder All Monsters Attack. Godzilla. Ja, es gibt noch, genau, ich glaube, es gibt noch, Godzilla's Revenge gibt es noch, was überhaupt keinen Sinn macht. Ja, das ist aber auch derselbe Film eigentlich. Es ist derselbe Film. Also. Von 74, glaube ich. Wir haben uns gedacht, wenn wir schon Godzilla machen, dann gucken wir noch einen anderen Godzilla-Film, einen älteren Godzilla-Film und dann gucken wir einen Trash-Film. Und dieser Film, den wir jetzt reviewen, ist halt wirklich, er gilt als the worst Japanese Godzilla-Movie of all time. Und wenn man diesen Film sieht. Also, ich kann zumindest nicht sagen, dass ich einen schlechteren gesehen hätte. Das sowieso. Und gleichzeitig muss man auch sagen, es geht eigentlich gar nicht schlimmer. Weil, wie soll man das bitte machen? Weil dieser Film, also ich meine, der Film ging jetzt, glaube ich, 67 Minuten geht der Film. Zu lang. Er ist zu lang, es ist eine Qual. Aber der Witz ist, man muss hier übrigens die Geschichte erzählen. Ja. Also, du kommst nicht drum rum. Nee. Du musst jetzt die Geschichte erzählen. Ja, aber, also, ich könnte die Geschichte zusammenfassen, ohne dass ich mit einem Wort Godzilla erwähne. Genau. Das heißt schon einiges. Also, es geht eigentlich um einen kleinen Jungen. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber der ist auch relativ unerheblich. Es geht um einen kleinen Jungen, der wohl irgendwie von seinen Schulkameraden oder zumindest von anderen Kindern, die dort in der Gegend wohnen, gehänselt wird. Also, er leidet unter Mobbing und lebt zu Hause mit seinen Eltern, die aber beide wohl viel arbeiten. Der Vater ist irgendwie, ja, weiß ich auch nicht mehr, was der genau macht. Irgendwas fährt, fährt der Lok oder so. Also, man sieht ihn immer nur auf so einem Ding drauf und hat da wohl auch öfter Nachtschichten und sagt auch seinem Jungen, dass er halt heute nicht nach Hause kommt und Nachtschicht hat und er solle doch zu Hause Bescheid sagen. Und ich weiß nicht, wie alt dieser Junge ist, irgendwie neun oder so. Elf klein. Relativ klein. Aber anscheinend, also seine Mutter muss dann wohl auch nachts arbeiten und die arbeitet in so einem, ich weiß nicht, Büro oder irgendwo bei einer Buchhaltung und macht dann auch Nachtschicht. Und ja, der Junge ist dann jetzt allein zu Hause, mehr oder weniger. Aber das ist ja der Opi, der den Spielwarenladen irgendwie hat und die wohnen über dem Laden oder ich habe es jetzt auch nicht ganz verstanden. Ist doch egal, ganz ehrlich. Ist völlig egal, auf jeden Fall dieser Großvater, ja, der redet dann ein bisschen mit ihm und zeigt ihm irgendwie so einen Computer und der Junge hat wohl eine blühende Fantasie und schläft dann und das ist so das Running-Ding während des Films. Es geht immer darum, wenn er schläft, träumt er halt von der Monsterinsel, der Insel der Monster, wo halt Godzilla und diese ganzen anderen Viecher, wo ich die Namen nicht kenne, leben. Und da kämpfen die dann immer. Warum die kämpfen, weiß man nicht genau. Und das ist auch mehr aus dem Zusammenhang gerissen und es ist halt mehr als Parabel zu sehen, dass der Junge halt davon den Mut schöpfen soll, um sich im Leben zur Wehr zu setzen oder so. Und er freundet sich dann mit dem, ich sag mal, Baby-Godzilla an. Ich fand da übrigens die Größenverhältnisse sehr interessant. Also der ist scheinbar genauso groß wie der Junge. Kann sich aber größer machen. Der konnte sich doch vergrößern. Achso, der konnte sich vergrößern. Ich hatte das nämlich so verstanden, dass Godzilla nur doppelt so groß wie der Junge ist. Nein, nein, der konnte sich doch in einer Szene vergrößern, dass der Sohn von Godzilla hat. Okay, das hätte ich aber lustiger gefunden, wenn Godzilla wirklich nur drei Meter groß ist oder so. Ja, okay, dann kann er sich vergrößern. Und er kann offensichtlich die Sprache der Menschen. Godzilla aber nicht. Ich weiß nicht, ob das wie mit Milch trinken ist, dass Erwachsene das nicht mehr so können. Ich möchte übrigens erwähnen, dass der Sohn, der heißt Manila. Manila. Minila heißt der Sohn von Godzilla. Minila. Minila klingt ja eigentlich wie ein Mädchen. Aber ist Godzilla nicht eigentlich weiblich? Ja, ist auch mit A am Ende. Vielleicht. Wir wissen es nicht genau. Zumindest hat der Roland Emmerich für uns das beigebracht. Ich fand aber, also ich kann dir schon mal meinen Highlights, also meine zwei Highlights des Films kann ich dir eben sagen. Das war einmal am Anfang eine Unterhaltung oder relativ am Anfang, ich glaube es ist nach 20 Minuten eine Unterhaltung zwischen dem Jungen und seinem Großvater, wo der Großvater ihm erzählt, dass die Mutter angerufen hat und sie auch Nachtschicht machen muss. Und der Junge dann fragt, aber wieso denn? Und der Großvater als Antwort sagt, mhm, mhm, das war mein Lieblingsdialog, warum, mhm, genau, warum, genau. Warum ist ja eine Ja-Nein-frei, das wissen wir alle. Ja, und darauf wird dann auch nie wieder eingegangen und dann war eine schöne Szene, das war der erste Bodyslam, den Godzilla bei so einer Art Heuschrecke oder was auch immer dieses Vieh da sein sollte gemacht hat. Den fand ich auch sehr schön. Ein Bodyslam mit der nachfolgenden Flambierung dann. Dieser Film, ja. Erstens. Was ist denn bitte diese Insel der Ungeheuer? Stell dir mal, wieso sollte Godzilla auf einer Insel wohnen? Aber ich glaube sogar, dass ich davon schon mal, dass das in einem anderen Film vorher vielleicht sogar noch vorgekommen ist. Diese Filme muss man ja auch noch dazu sagen. Aber was ist das für eine Insel? Der Film ist aus einer Zeit, wo die Godzilla-Filme in Deutschland oft mit dem Titel Frankenstein ins Kino gekommen sind. Absolut. Wenn sie überhaupt ins Kino gekommen sind. Aber stell dir mal so eine Insel vor, bei der du die ganze Zeit kämpfen musst. Wer will noch so eine Insel wohnen? Vielleicht ist das so eine Art Freizeitbeschäftigung, weißt du, manche Leute spielen gern Billard oder so. Und manche Leute kämpfen halt die ganze Zeit. Aber ich meine, der konnte nirgendwo hingehen, der wurde mal angekämpft. Übrigens, der Witz dabei ist, dass diese Szenen aus anderen Godzilla-Filmen zusammengeschnitten wurden. Das ist schon mal absolut gut. Der Film muss unheimlich günstig zu produzieren gewesen sein. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass die meisten der Kinder irgendwie von den Produktionsmitarbeitern irgendwie die Kinder waren einfach oder so. Ich glaube nicht, dass die in einem Casting gewesen sind. Der einzige Viech oder der einzige Tier oder Ungeheuer, was halt wirklich für diesen Film gemacht wurde, war halt dieses Monster, mit dem der Sohn kämpfen musste. Und Godzilla ihn immer gekickt hat, dass er gegen den kämpft. Wie ist der Kalamara oder so? Kamara? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, man hat das gesehen, dass dieses Monster auf jeden Fall weitaus schlechter in der Art der Figur war, als diese anderen Monster. Die waren auf jeden Fall ausgereifter. Und dieses Monster sollte stellvertretend übrigens für den Jungen, den einen Großen, glaube ich, sein, der ihn ja die ganze Zeit irgendwie geärgert hat. Das war so auch wieder irgendwie die Parabel. So habe ich das zumindest. Ja, dieser Film war ja ziemlich voll gespickt. Oh, ich habe ein wichtiges Story-Element übrigens noch vergessen. Kurz bevor diese Vorgänge passieren, über die ich geredet habe, gab es nämlich irgendwie einen Überfall. Und zwei Bankräuber sind jetzt irgendwie auf der Flucht und verstecken sich in einem leerstehenden Fabrikgebäude, zumindest sah es so aus, in dem der Junge während dem Verlauf des Films sich versteckt. Und die sehen den da und dann entführen sie den Jungen und er ist dann am Ende sozusagen in deren Gewalt. Und durch Kämpfen muss er sich befreien, was er dann von Kalimera oder wie dieses Kamillera-Vieh, dieses Godzilla-Baby, von dem lernt er dann zu kämpfen. Und er setzt sich gegen diese beiden bösen Bankräuber zur Wehr und hilft der Polizei, sie festzunehmen. Film ist Quatsch. Ganz ehrlich. Film ist abster Müll. Ich glaube, ich hatte mal halt gelesen, ich habe mal in so einem Video-Review darüber gehört, dass es halt ja irgendwie gerade zu der Zeit, welches Jahr war das? 71? 74 oder so? Ja, das ist da irgendwie sozusagen... Die wollten das aufs jüngere Zielpublikum ein bisschen zuschreiben. Genau, aufs jüngere Zielpublikum und man soll ja auch sozusagen diese Mentalität, dass man sich mal zur Wehr setzen soll, dass man die aufgeben soll. Und dass man dafür halt dann Godzilla als Metapher herholen muss, finde ich eigentlich ziemlich traurig, weil das dem armen Monster nicht gut steht. Und dieser Film ist einfach... Also eigentlich alles an diesem Film ist schlecht. Nee, aber weißt du, das Ende finde ich ja am entpörendsten, weil eigentlich ist ja die Story des Films die ganze Zeit, dass der Junge Mut braucht irgendwie, so ein bisschen unendlich, geschichtemäßig irgendwie, weißt du, dass er sich irgendwie... Dass er irgendwas braucht und dass ihm gegeben wird von diesen Viechern. Aber das Ende ist ja eigentlich, dass er voll das Arschloch wird. Das Ende ist ja eigentlich, also im Prinzip hätte der Film einfach zwei, drei Minuten vorher vorbei sein müssen, wo er diesen Jungen da verprügelt. Was übrigens auch in einer sehr schönen Standbildsequenz irgendwie dargestellt wird, weil die es nicht mal geschafft haben, eine Prügelei darzustellen. Da haben sie irgendwie so ein paar Bilder genommen, wie er da anscheinend die Leute da alle vermöbelt, die größeren Jungs, die ihn ärgern. Und das ist ja damit nicht vorbei, die sagen dann, die fragen ihn ja zuerst, ob er mitmachen will, dann verprügelt er sie und dann tut er das, was sie vorher ihm gesagt haben, dass er doch tun soll. Und zwar hupt er mit diesem blöden Motorrad, mit der Motorradhupe, der Typ, der da gerade irgendwie das Plakat streicht, fällt von der Leiter, wo ich mir auch schon denke, die Leiter ist ziemlich hoch, aber es sieht dann irgendwie nur so aus, als ob die Farbe... Eigentlich hätte er sich den Kopf aufhauen müssen, so wie der runtergefallen ist. Das war so ein bisschen... Ja, er fällt auf jeden Fall hin und kippt sich da irgendwie noch die Farbe übers Gesicht, alle lachen und dann rennt er zu diesen... Und dann sagt er irgendwie noch zu seinem Vater, dass er diesen Typen da, den Maler, aufhalten soll und er sich für ihn bei ihm entschuldigen soll. Also im Prinzip ist der Junge zu feige, um sich dann noch selber dem Typen zu stellen, den er gerade irgendwie verarscht hat. Und dann rennt er zu diesen anderen Idioten, zu den Jungs, die er eben noch verprügelt hat, hin und ist dann Mitglied der Bande, wo ich mir gedacht habe, was ist denn das für ein Scheiß? Also ich meine, selbst in dem Kontext, dass das ein schlechter Film ist, aber zumindest meinte ich vorher die Story verstanden zu haben, dass er sich irgendwie zur Wehr setzen soll und dass ihm dieses ganze Ding Mut geben soll. Und letztendlich wird er dann genauso ein Arschloch wie die anderen Jungs, die ihn vorher gehändelt haben und ist dann Mitglied deren Bande, obwohl er sie vorher verprügelt hat oder was? Das ist das wie bei den Wölfen. Ich weiß nicht, ob du mal True Blood gesehen hast, aber bei True Blood ist das so, bei den Wölfen, da muss man sich immer den Ranghöchsten, man muss sich den Anführerposten erarbeiten, indem man gegen den bisherigen Anführer kämpft, ist das dann bei denen auch so. Jetzt ist er auf einmal der Anführer von dieser Spackenbande oder was. Das hat mich wirklich empört, muss ich echt sagen. Selbst innerhalb des Scheißfilms war das nochmal richtig Oberscheiße, dieses Ende. Also was soll das für eine Botschaft sein, wenn das Kinder gucken? Werd auch so ein Arsch wie die, die dich hänseln oder was? Das war, Entschuldigung, eigentlich braucht man es zunächst mehr sagen. Der Film ist wirklich scheiße. Man muss bedenken, den Film gab es lange in Deutschland, nichts zu bekommen und irgendwann hat ihn ein Label wieder auf. Warum hat er denn wirklich synchronisiert, diesen Film? Weil es glaube ich wirklich der einzige Godzilla-Film war, der einfach nichts zu bekommen war in Deutschland. Und es gibt auch einen Grund wahrscheinlich. Eigentlich ist es, dass der nicht mit Untertiteln war, dass der nachsynchronisiert wurde, ist eigentlich eine Frechheit. Dass dann Synchronstudio irgendwie sich noch hinsetzen musste und diesen Scheiß. Es gibt viel bessere Filme, die nicht synchronisiert oder viel schlechter synchronisiert sind als dieser Film. Ja, der Film ist schon echt mies. Also der Film ist wirklich gurkig. Guckt euch den bloß nicht an. Also du hast es sehr schön zusammengefasst. Schon mehr braucht man das für nichts sagen. Der Film ist absolute Grütze. Der Film ist schwer zu bekommen. Macht euch die Mühe nicht. Ja, es ist wirklich absolute Grütze, der Film. Der war wieder lustig, noch gut. Freunde, die Kampfszene könnt ihr auch sehen in Filmen, die in Deutschland einfacher zu kriegen sind, weil die sind einfach nur entlieben. Ja, der hat ja einfach nur zusammengeschüttet und alleine so wirklich wieder ein... Nee, ich möchte eigentlich diesem Film nicht mehr reden. Der Film war wirklich... Also das war... Von den Trashfilmen war das... Also war das eigentlich der schlechteste Trashfilm, den wir geguckt haben? Kann ich nicht so sagen, aber es war... Also er war auf jeden Fall dabei. Ja, aber guck mal, ich... Wir haben doch letztes Mal auch so einen schlechten gesehen. Was war denn das noch? Ah, das war die Killer Clowns vom Outer Space. Ja, die waren auch nicht gut. Aber Killer Clowns vom Outer Space fand ich immer noch besser als den Film hier. Ja, aber der war wenigstens kürzer. Nee, ey, komm. Also ich würde... Das war wirklich... Du wirst... Das war ja wirklich der Schlipp. Ich glaube, ich fand... Ich mach mich jetzt wieder unbeliebt. Ah, die Killer Tomaten. Ich finde Killer Tomaten schlechter. Nee, also komm, Saga. Killer Tomaten, das war wirklich weitaus besser als dieser... Killer Tomaten hat mich mehr aufgeregt als der hier. Den hier konnte ich wenigstens noch ignorieren. Und die Kampfszene fand ich... Die Kampfszene war wenigstens noch irgendwie... Das war so... Ja, da gab es auch andere Filme, die auch solche Kampfszene hatten. Die haben mich nicht so... Aber die ganze Run-Story, die hat ja eigentlich auch nur 30 Minuten, wenn überhaupt, eingenommen. Die war sauschlecht, aber die war halt auch nur 30 Minuten. Die war 30 Minuten scheiße, ja. Film ist färs. Film ist nicht gut. Film ist nicht gut und den braucht man sich nicht nochmal angucken. Im Leben nicht. Film ist wirklich schlecht und es ist eigentlich wirklich eine Beleidigung für den Godzilla... Für das Monster an sich. Für die Reihe. Auch für den Film Godzilla an sich. Ja, aber ich glaube, es gibt ja noch, glaube ich, andere Filme, wo dieser Baby-Godzilla auch auftaucht. Nein, es hat Godzilla nicht verdient. Ich glaube nicht, dass die viel... Also ich glaube, dieser Zeitraum mit diesen Filmen, die auch in Deutschland als Franken steht... Jörn, das hat Godzilla nicht verdient. Das stimmt, aber ich glaube, da gibt es noch... Und dann dachte sich Roland Emmerich, komm, das kann ich noch drauf. Eigentlich ein Wunder, dass er nicht den Baby-Godzilla... Obwohl er hatte ja... Ich glaube, es gab auch ein paar kleine Godzillas, die irgendwie wie die Raptoren aus den Jurassic-Park-Filmen, die ja auch um die Zeit rum rausgekommen sind. Und da gab es ja so Mini-Godzillas, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe letztens irgendwie mal ein Zusammenschnitt-Video-Ding irgendwie davon gesehen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Kennst du die Honest Trailers? Kann man auch nochmal Werbung für machen. Gibt es bei YouTube. Musst ihr mal angucken, ist ganz toll. Sollte man aber nicht gucken, wenn man den Film noch nicht kennt und nicht gespoilert werden möchte. Also es gibt zum Beispiel auch Honest Trailers von Game of Thrones. Sollte man sich nicht angucken, wenn man nicht mindestens die ersten zwei oder drei Staffeln gesehen hat. Aber wenn man einen Film gesehen hat oder einen eh nicht interessiert, diesen Film ungespoilert zu gucken, sowas wie zum Beispiel bei dir irgendwelche Comic-Verfilmungen oder Harry Potter oder was weiß ich, wenn man das nicht gucken möchte. Honest Trailers sollte man sich... Also ehrliche Trailer auf Deutsch. Sollte man sich gerne mal angucken. Im Prinzip bricht der Typ, der die macht, da drin so das runter, worum es da geht. Und auch ein bisschen die lächerlichen Sachen hebt er hervor. Die Logiklöcher. Und ja, sollte man sich mal angucken, ist auf jeden Fall immer mal wieder einen Besuch wert. Und da gab es eben auch diesen Roland Emmerich Godzilla, glaube ich. Und da habe ich dann diese Mini-Godzillas auch gesehen, die da vorkommen. Film Thumbs Down. Thumbs Down für Roland Emmerichs Godzilla. Thumbs Down für Godzilla's Revenge Attack All Monsters. All Monsters Attack oder wie auch immer er heißen mag. Jedenfalls die Inkarnation, die wir jetzt gesehen haben. Thumbs Down für diesen Film. Aber Thumbs Up für Gareth Edwards und seine Regiekünste und Interpretation des Original-Godzillas. Das ist ein schönes Schlusswort. Das war Watch Stop. Nummer neun. Nummer neun. Und nächstes Mal gibt es die Zehn. Das erste kleine Jubiläum. Und das feiern wir mit einer großartigen Serienstaffel. Mit einer fantastischen Serie. Nämlich mit True Detective. Und bis dahin. Das nächste Mal. Das war nötig. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.